Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und recht herzlich willkommen. Vielen Dank für einen kurzen Moment Ihrer Aufmerksamkeit. Aber Ihnen wird ganz sicher, ähnlich wie uns auch, sehr bald schon ein Licht aufgehen mit unserer 2x3 Watt LED-Taschenlampe mit ausziehbarer Arbeitsleuchte. Diese Taschenlampe hat definitiv den Dreh raus. Unter dem Griff verbirgt sich nämlich eine zusätzliche Arbeitsleuchte. Einfach den Griff drehen und ausziehen, schon erstrahlt die superhelle COB-LED. Auf Knopfdruck schalten Sie zwischen voller und halber Helligkeit um, je nachdem, wie viel Licht Sie gerade brauchen. Und in Notsituationen machen Sie mit dem Blinkmodus auf sich aufmerksam. Ideal zum Beispiel bei einer nächtlichen Autopanne am Straßenrand, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Die starke Cree-LED der Taschenlampe leuchtet Ihnen beim Wandern und Campen den Weg und dank Spritzwasserschutz sogar auch noch im Regen oder auch bei Schnee. Und bei Handwerksarbeiten macht die superhelle COB-LED auch Details richtig gut sichtbar. Dank kräftigem Neodym-Magneten befestigen Sie die Lampe überall dort, wo Sie sie gerade benötigen. Zum Beispiel in der Werkstatt an einem Metallpfeiler, an der Motorhaube Ihres Autos oder ganz einfach auch mal an einer Zeltstange. Liebe Zuschauer, ein wirklich fantastischer Artikel, allerdings nicht der einzige aus dieser Produktgruppe. Und wenn Sie weitere Artikel aus diesem Produktbereich oder gerne auch aus anderen Bereichen des täglichen Lebens kennenlernen möchten, dann schalten Sie doch einfach mal um auf unseren Fernsehsender. Pöl TV 4K UHD. Natürlich finden Sie uns über den Satelliten, wir sind aber auch in den Kabelnetzen unserer Republik zugegen und selbstverständlich auch im Internet für Sie vertreten unter www.pöl.tv. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ganz viel Freude mit Ihrer neuen 2x3 Watt LED-Taschenlampe. ZEV-Taschenlampe. ZEV-Taschenlampe. Untertitelung des ZDF, 2020